DW Deutsch lernen mit dem Deutsch Trainer Dinle ve tekrarla. O uzun. Er ist groß. O kısa. Sie ist klein. O schischmann. Er ist dick. O seif. Er ist dünn. O jaschli. Er ist alt. O genç. Sie ist jung. O güzel. Sie ist hübsch. O'nun kısa siyah saçları var. Er hat kurze, schwarze Haare. O'nun kahverengi saçları var. O sarışın. Er ist blond. O'nun yeşil gözleri var. Sie hat grüne augen. O'nun meetini. O'nun siehtler. O'nun almond. O'nun gilt. Vielen Dank.